Hier empfiehlt sich immer an der Oberfläche zu bleiben, weil, äh, genau, unter der Oberfläche ist halt ein bisschen warm und ganz unten dort der Sichere droht. Da will ich lieber nochmal Anlauf nehmen, weil dann kriegt man mehr Punkte und mit mehr Po- äh, Punkten, scheiße. Irgendwie war mir das klar. Irgendwie war mir das klar. Gut, ich will da ganz hoch. Ah, fuck, das wollte ich nicht. Und ich steuere auch noch voll in den Abgrund rein, wisst ihr? Ich versuche halt immer so ein bisschen gut zu spielen, anstatt gut zu kommentieren. Was, glaube ich, so ein bisschen den Sinn von Let's Plays kaputt macht, oder? Weil ihr guckt ja wegen dem Commentary und dem Gameplay. Nicht nur dem Gameplay. Dann könnt ihr auch gleich Walkthroughs anschauen, wenn ihr Gameplay sehen wollt. Äh, schon ein bisschen die Wege kreuzen von denen. Ah, scheiße, damit habe ich nicht gerechnet. Aber was? Oh, man. Ich werde höchstwahrscheinlich gerade mal den Final Boss, also den wirklich Final Boss, den mit den sieben Chaos Emeralds, halt, äh, in einem Bonuspart oder in einem letzten Part halt noch zeigen. Ich werde mich da so ein bisschen reincheaten. Hehehehe. Weil ich voll der Cheater-Peter bin. Würde ich mal so sagen. Ah, wie mies war das denn? Gerade wieder Frame-Einbrüche, weil ich zu gut bin. Spreng. Wie, wie, wie bitte? Wie? Äh, die ist schwer, sagen wir es so. Die ist einfach schwer. Und relativ cool. Aber schwer. Hauptsächlich schwer. Äh, weil überall Ding ist. Bodenloser Abgrund. Okay. Über den Buzz Beetle oder Beetle Buzzer oder was auch immer. Knuckles, was tust du? Wahr auf damit. Versuchst du nur selbst zu schaden. Auch wenn du nicht von Sonic gerettet werden willst, heißt das nicht, dass du ihn töten musst. So, ach, ja klar. Das kann ich ja auch wissen. Ja, ja, sag halt nicht, welche Attacken du machst. Oh, komm. Hier ist so viel, hier passiert gerade so viel auf dem Screen. Alter, ich krieg, ich krieg fast ne, fast ne epileptischen. Ich hoffe, ihr hört das. Ich mach das nur, weil es witzig ist manchmal. Aber wenn man es doch drauf anlegt, mich zu stören, dann könnt ihr mich alle mal. Und ich so, ja, tja. Aber cool, ich bin tot. Ich bin grad relativ, relativ deprimiert. Weil ich, manchmal hab ich so, so ein bisschen Hoffnung, dass meine Freunde keine totalen Arschlöcher sind. Aber das kann ich mir eigentlich auch in den Arsch schieben, ne. Haha, jetzt kommen wieder Kommentare. Von genannten Freunden. Wie witzig das doch ist, warum ich so bamboozelt sei. Ja, und das wissen sie ganz genau. Aber nur weil ich keiner bin, muss man nicht einen Freund haben, der so ist. Aber alle drei. Kann man einem Menschen eigentlich nicht antun. Zwei gehen auch noch, also... Zum Beispiel... Ach scheiße, das war der Tod. Huh, ich lebe. Oh gut, cool. Ich weiß noch nicht warum, aber hey. Scheiße. Da sind Bringer. Da sind Bringer. Scheiße. Darauf hab ich jetzt gerade nicht geachtet. So. Scheiße. Okay, ich darf nochmal anfangen. Weil ich mich ja beschwert hab, dass der was so einfach wär. Wie, ich hab den nicht getroffen. So, noch ne Chance. Nein. Oh, wie mies ist das denn? An die Stage kann ich mich gar nicht mehr erinnern, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm. Höchstwahrscheinlich aus gutem Grund, weil sie scheiße war. Die Sterne im Hintergrund irritieren mich sehr. Ja. Was? Ah, wieder am Anfang. Okay. Das wird ein langer Spaß. Was tue ich? Nochmal Neustart. Nochmal Neustart. Yeah. Und wollen nach oben. Wow. Na. Fuck. Wie soll ich sowas riechen, bitte? So, jetzt lasse ich mich nicht von dem Wegsertreffen, wollte ich sagen. Hey. Ah, ich bin hier gestorben. Jetzt weiß ich's wieder. Danke, Game. Dass du mich erinnerst. Was für ein blödes Schicksal ich haben musste. So. Ja. Okay. Ein Ring wäre nett. Oder ich bin tot. Scheiße. Bin wieder an der Stelle, wo ich gestorben bin, glaube ich. Nein. Scheiße. Ah, Ziel. Okay, ich bin zweimal kurz vorm Ziel gestorben. Das ist doch schön, oder etwa nicht? Ich hab den nur geschafft, weil ich mit Cream gespielt hab. Und ich bin tot. Coole Sache. Ich will aber nicht Game Over gehen. Das könnt ihr mir glauben. So. Haha, ich nutze Glitches. Fick dich. Dritter Boss. Damit die Kugel einen nicht so schnell... Komm ich will zu dem? Was? Ne. Fuck. Kann ich nicht einfach... Oh, wie dumm war das denn bitte? Dieser Boss ist so scheiße. Oh, Mann. Die Bosse in dem Spiel sind so kacke. Ich hasse sie. Weh, ich darf jetzt die ganze Zone nochmal machen. Oh, ich dacht schon. Könnt ihr mir nicht antun. Ich behende jetzt hier einfach den Part. Bis dann. Ciao. Heyo Leute, willkommen zurück zu Sonic Advance. Im letzten Part haben wir den Boss Rush angefangen und sind bei diesem Boss stehen geblieben. Und ich bin gestorben. Weil er scheiße ist. Bosskampf. Was soll der Scheiß? Nein, was soll das? Die haben mich nicht berührt. Die haben mich eindeutig nicht berührt. Warum? Warum? Warum ist der so schwer? Oh shit. Okay, Leute. Jetzt bin ich bereit für den Boss. Nicht. Was muss ich denn überhaupt tun? Nicht sterben. Okay, nein. Fickt euch alle. Fickt euch alle. Ich muss ihn nur gescheit treffen. Dann kann er mir eigentlich nichts. So wie es will. Ah shit. Außer ich bin halt dumm. Wie bin ich bitte gestorben gerade? Ey, nee, Mann. Ich will es nicht noch alles mal spielen. Könnt mich alle mal. Mies. Ich glaube, ich muss es noch mal spielen. Ja, muss ich. Jetzt, 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 jetzt. Komm. Plattform. Gott fucking damn it. Nein. Nein, 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 der Ring. Oh. Mein Schatz. Ah, okay. Fast dasselbe wie Sonic. Nur, dass sie es mit ihrem Hintern macht. Anstatt mit ihrem, äh, mit ihrem Fuß. So. Nein. Nein, nein, nein. Geh weg, geh weg. Okay, das war unser erstes Leben. Die meiste Sache. Und am besten versuchen, keine blöden Bewegungen zu machen. Für passiert mir aber irgendwie gerade die ganze Zeit. Ich glaube, es ist wahrscheinlich muss ich das gleich wieder machen. Ja. Game over. Hey. Suppi.